Herzlich Willkommen zum MicDub Auf gehts. Abfab. Sound, Danilo, Danilo. Mach mal so 5 Teile innerhalb der Antenne. 1, 2, 3... Okay. Ääääh, so. Er ist in Val war da drüben. Ring allein! Nein! Du! Ja! Nein! Ja! Patsch! Ich weiß gar nicht, ob ich angemacht habe. Hä, richtig schauen mal, ob ich angemacht habe. Man hört halt mehr die Mädels als uns. Wäre schade, wenn der nicht drauf gewesen wäre. Du musst jetzt einfach raus, einfach richtig raus. Deine Mitte. Dankeschön. Da! Das ist doch nur Scheiße. 3-1. Warum machst du den Scheiß schon wieder? Daniel. Ja, ja, ja. Jetzt rüber spielen. Jetzt raus. Ja, deswegen mach ich den Scheiß. Hier bin ich lieber so, einen entscheidenden Pass stellen würde. Ich glaube, es hat... Bisschen... Na, so... Ich kann ähnlich hart schlagen, aber wenn ich das würden wollen... Könnte ich trotzdem... Würden wollen. Rechts. Nein! Du bist doch rechts! Alter, bist ich kacke! Ich hab mal alles drauf! Danke! Nein! Du bist so schlecht! Da, wo die Puppes sind. 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 Ich bin so kacke! Deine Mitte! Ja! Wenn wir mal nicht mehr laut mitsehen, dann wissen die die nicht, wie steht. 5-2! Scheiße! Oh, kurz, kurz. Ja, das ist unser Mann. Machen wir so oder nicht? Gut, gut. Ja, da ist das Ding. In das Maitrein. Erik hat nur seine Hüfte bewegt. Ich hab so gebaggert. Ich spiel jetzt einfach mal. Okay, jetzt. Komm jetzt! Gib mir mal ein GPS-Signal. Ja, hab ich auch gedacht. Ich hab den Ball gesehen. 4, 5, 6. Das ist ein Boot. Oh, 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 oh. Ich hab echt zu viel Druck hingekommen. Beine Mitte. Ah, du bist zu groß. Du hast zu viel an die Dani gesagt. Ich weiß ja nicht. Ja, ich hatte gerade einen Aufschlag. Ja, ich glaub, ich hätte gehabt. Nein? Schidi musst du es ansagen, ich hab. Wie viel steht? Äh, 5, 6. Weißt du, du hast immer genau vor mich. Ja, aber ich bin doch grad weit hinten. Was? Ja, ich bin doch grad. Ja, weg, geh. Ja, 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 ja. Haha, gatscha. Der Higgs stellt sich halt auch immer in die Linie. Der ist ja geil. Der ist geil, ja. Der ist geil, leider. Der ist geil. Der ist geil. Der ist geil. Oh, 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 oh. Schön. Der ist geil, Baby. Der ist geil. Der geht noch bei dir, bei dir. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das für ein Call? Ja. Geil Chrysler. Die kennt erst zwei Meter. Ne, so weit nicht. Ja, das ist ein Call. Oh, ja. Wie tut es? Sehr hochmann. 11, 9. 11, 9. Links, da geht mit... Du stand? Darf ich dir nicht. Zehn, sieben. Ja! Ihr seid noch einen vor. Ja, geil! Das ist gar nicht so schlecht. Was machst du? Eier. Eier am Weg stehen. Harte! 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 Ich hab' den. 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 Wenn du nicht mal ins Netz tragen würdest, ist irgendwas. Oder nein? Harte! 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 Hallo! Scheiße! Also, wenn einer in Axte war, ist der aufgenommen. Harte! Ja! Nein! 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 Könnt ihr haben. Ha? Könnt ihr haben. Danke. Ich hab' mich extra rüber gedreht. Kannst du gerne nachgucken? Ja, guck mal. Gaccia. Nein, ich weiß ja nicht. Zehn, elf. Ich hab' mich extra rüber gedreht. Ich hab' mich noch mal gemacht. Geht, 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 geht. Go, go, go! Geht, geht, geht! Ingen! Go, 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 go! Ja! In links. In links! Muss, 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 muss! Go, 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 go! Unat isch! Weg 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 weg. Links, links, links. Go, 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 go! Ah! Links! Jaaa! Maschine! FN! Go! Meiner! Besser meiner! Du hast gesehen, aber nicht gesehen! Du gehst nicht, wenn du siehst! Links, links! Das ist scheiße! Ja! Du musst entscheiden! Links ohne! Mach! Weg, weg, weg! Ich wundere dich nicht! Bello, ein Dichter! Ich habe nicht gebraucht zu springen, weil ich nicht gesehen habe, wo du bist! Fuck! Mann, ey! Ihr habt die Seite gewechselt! Ihr habt die Seite gewechselt! Deine Mama hat die Seite gewechselt! Ja, ja! Durchball! Aus! Beine Mitte! Ja! Aus! 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 fatty hat die da nicht eingrepen! Nou mal oben! Ja, ja! Pois! Aus.... 훈 mal oben! Hm... Lein wäre schön! Aus es alm... Wir sind direkt auf ihn, wenn er nicht mehr kann. Ich bin einfach so hoch gesprungen mit der Faust auf den Netz. Das ist Zeit. Nein! Ah ja! 5-4. 5-5. Ja Chrysler! Wuhuuu! Wuhuuu! 13,9! Jetzt 16! Go, go, go Chrysler! Den muss ich haben, meiner. Liegen wie ein Affe. Die sind Affe an der Liliane. Die Liliane. Die auf Glocken sollte so Menschen mit meiner Statur verboten werden. In meiner Mitte. Höre, du meinst. Der Liliane spielt heute für uns. Das ist dann der sechste Aufschlagfeder. Ja. Perfekt schon. Geil, Chrysler! Mega! Boah! Boah! Die Linie war jetzt ganz schön. Alter! Haukei! Haukei! Die Linie hat so brutal gewackelt. Aber der war nur sandlich. Der war deutlich im Außen. Ja, ja. Sieben, sieben. Rein. Spiel gut. Okay, nein. Vor dich, vor dich, vor dich. Guter Ball. Der passt. Mann, die Finger waren wild. Englisch, das ist noch gerade. Aus. Aus. Ja, eins. Mein erster Aufschlagfeder heute. Hallo Aufschlagfeder. Hallo Aufschlagfeder. Hallo Aufschlagfeder. Frunchtime kann ich weiter. Ach neun. Ich meine, war es auch noch Frunchtime oder was? Ach neun, ach neun. Ich ohne. Ist ja geil, Christoph. Fatsch. Ich meine, ich kann nicht heute. Zauhnteil. Meine Mitte. Zauhnteil. Ohne. 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 Okay, Astrid. Ich stell mich schon mal in Sichtblock. Meine Mitte. Meine Mitte. Meine Mitte. Ja, voll mit, mit, mit. Das ist eng so. Gar doch. Nein. Nein. Ich wollte halt den Block haben. Wird schon extra spät gesprungen. Aber hatte mir nichts gebracht. Ja, mega. Christoph. Ja, mega. Christoph. Echt? Oh. Ohne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020